Hier unten rechts am runden Ding die Geschwindigkeit schneller drehen. Ja, Herr Jörg Gastmann von Economy for Mankind ist offensichtlich Mitglied bei Wir 2020 geworden, hat auch schon mal versucht zu positionieren, wo steht diese Partei. Die neue, und wir sagen ja hier die neue, hoffentlich neue Volkspartei sozusagen, entsprechend heute unsere Tagesthemen. Wir 2020, Bodo Schiffmann, links, Mitte, rechts. Wo steht die neue Volkspartei mit Ziel 20%? Bei der Bundestagswahl wird es gelingen, so berühmte Leute wie Sucharit Bhakti und Dr. Wolfgang Wodak noch mit ins Unterstützerboot oder gar ins Bundestagskandidatenboot und so weiter zu ziehen und so weiter. Da wird es gelingen, dass Bodo Schiffmann Spitzenkandidat wird, denn ohne Prominenz, also noch mal unsere Kernaussage, ohne Prominenz gibt das keine neue Volkspartei. Also da muss schon dann die gesamte Prominenz des Internetfernsehens zusammenstehen, damit unsere Formel erfüllt wird, wir 2020 sozusagen, vielleicht mit den 20 Reformen der nextscientistsforfuture.de und die erreicht dann im Internetfernsehen 20 Millionen Klicks und aufgrund dieser 20 Millionen Klicks wird es hoffentlich überschwappen ins große Fernsehen und dann 20% bei der Bundestagswahl. Denn die 20 Reformen der nextscientistsforfuture haben ein Potenzial von 56% in Testwahlen. Das finden Sie ja, ja, ich zeige es Ihnen mal, hier zum Beispiel, da finden Sie zum Beispiel hier, ja, da haben Sie die Zusammenfassung des Corona-Ausschusses, aber wie funktioniert das hier, also Sie können googeln, Weltrat der Weisen Forum, da gehe ich jetzt mal hier drauf, zum Beispiel steht hier Kommentare von WLAN, dann haben Sie hier irgendwie, hier, da können Sie also jetzt, das ist die Liste der wichtigsten Fernsehsendungen, die Gespräche mit dem entstehenden Landesverband von WIR 2020 und dann die ganzen Kommentare, die Wählerkommentare, dann die Studie, die simulierte Bundestagswahl und so weiter, können Sie sich alles anschauen, massenhaft Material und so weiter, dann hier noch Informationen über den Vertreter der nextscientistsforfuture, der sich sozusagen dieser simulierten Bundestagswahl, die Studiensituation bei einem Partnerinstitut, das zweitgrößten deutschen Meinungsforschungsinstituts, AC Nielsen, gestellt hatte, sozusagen. Ja, und jetzt noch wieder zurück zu unserem Tagesbild, dann wollte ich Ihnen zeigen, ja hier, ja, wir selbst haben ja leider nur einen sehr kleinen Sender, wir sind ja darauf angewiesen, dass andere Sender, circa fünf andere Sender, ja, uns, von uns Sendungen veröffentlichen, zuletzt hat ja Uwe Lohse, der Sender Uwe Lohse, sozusagen, über uns gesendet und Sie sehen es hier, das ist so die Geschichte, das sind so eher Sendungen und Talks aus dem, einige wichtige Talks aus dem Bereich, Kooperationsaufnahmeverhandlungen Richtung Fridays for Future, ja, und Parents for Future und so weiter. Und dann sehen Sie hier, der, heute heißt der Sender ja Bittel TV, Roger Bittel im Gespräch, also Weltrat, Next Scientists for Future und Roger Bittel, sozusagen, Heute heißt der Sender Bittel TV, dann haben wir hier unser erstes großes, großen Talk mit Jörg Gastmann, sozusagen, das war der erste Groß-Talk, dann mit Thomas Veth, dann auch mit unserem dann später Mitglied gewordenen Prof. Dr. Dr. Phil Harald-Wallach zum Thema Corona, der ja auch zum wissenschaftlichen Beirat gehörte beim Corona-Ausschuss, dann, und dann mit Öff-Öff, der ja, Jürgen Wagner, der ja auch bei Maischberger schon war, dort wo die Partei WIR 2020 ja noch erst hin muss, sozusagen, oder hin soll, und unsere, dann haben wir hier nochmal, hier Economy for Mankind, also Jörg Gastmann ist ja sozusagen auch verbunden eben mit Economy for Mankind, also E4M, Economy for Mankind, und dann haben wir hier zum Beispiel einen Talk mit Paula Piquet, die ja als Moderatorin viele Sendungen für RT Deutsch moderiert hat, und dann haben wir hier über Gemeinwohlökonomien, die ja auch, der Jörg Gastmann hat hier auch sachlich gekritisiert, die Fehler im Konzept der Gemeinwohlökonomie, die man aber diskutieren sollte, da gibt es ja auch Fans dabei, und hier Gemeinwohlökonomie, dann auf dem Makers for Humanity Kongress, Next Scientists for Future und Gemeinwohlökonomie und Herr Fselno, hier, hier, der Herr Fselno hat da die Gemeinwohlökonomie vertreten, dann weitere Talkshows, hier, Talkshows, Talkshows, auch Gradido, ist die Frage, ob die Partei Wir 2020 auch über Gradido als neues, ja, Schwundgeld oder so ähnlich könnte man sagen, sprechen möchte, hier ein sehr kommunenorientiertes Gespräch, Talk, und dann eben die Talks mit dem, mit dem entstehenden Landesverband der Partei Wir 2020, sozusagen über die 20 Reformen der Next Scientists for Future und hier die Neuausgabe dann von Herrn Uwe Lohse des ersten Teiles, sozusagen. Und jetzt zeige ich Ihnen mal hier, so hier, Herrn Jörg Gastmann, damals noch mit alter Bildtechnik, mit Kamera auf Bildschirm, das ist immer noch unsere Notlösung, falls das andere, neue, neue interne Kamerasystem, Bildschirminterne Kamerasystem mal ausfällt, haben wir noch die externen Kamerasysteme und da haben wir hier einmal den Herrn Jörg Gastmann und dann eben, wir haben das im Titel dann immer so ein bisschen gegenübergestellt, also Markus Kralls Konzept gegen Jörg Gastmann, Kapitalismus bändigen gegen Hans-Werner Sinn, der eher so den eher noch teilweise ungebändigten Kapitalismus verspricht, Christian Fellber, der ihn teilweise bändigen will und so weiter. Ja, also mit seiner Gemeinwohlökonomie, aber eben auch nicht ausreichend bändigen will, weil er das Grundproblem des Kapitalismus nicht verstanden hat. Dann haben wir hier, da war der noch der Herr Westerheide von Economy for Mankind dabei und wie gesagt, Herr Gastmann ist ja jetzt offensichtlich Mitglied bei Wir 2020, schön, ich werde ihn nachher mal anrufen und vielleicht auch anregen, dass er auch Kontakt aufnimmt mit dem Landesverband, denn wir hatten immer schon angeregt, dass es nicht so ein Zweiergespräch eigentlich sein muss, sollte so Wir 2020 und Next Scientist for Future, sondern eben Gemeinwohlökonomie, Ökonomie von Mankind, eventuell Gradido oder und dann Bürgerräte, Bürgerversammlungsthematik und so weiter, mehr Demokratie, Volksentscheide und dann was ist dann, welche Argumente sprechen für die einzelnen Aspekte und welche dagegen und so weiter. und ja, da sieht man also ein Schaubild hier von Economy for Mankind und dann haben wir hier, so, diese Sendung ist betitelt hier mit unserer Maybrit Illner, Anne Will, Talk im Hangar 7, hart aber fair, machen wir selber Talkshow mit Economy for Mankind, ja. und dann haben wir hier auf dem Makers for Humanity Kongress hier auch einfach sozusagen das Thema Makers for Humanity for Future Summit, die Gemeinwohlökonomien, denn wir haben ja einmal die Next Scientist for Future Variante unter einer Gemeinwohlökonomien, die ältere, 30 Jahre alte, vor 30 Jahren fertiggestellte, sozusagen das ausgereifte Modell, wir haben die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber, so der Schnellschuss der letzten zehn Jahre, aus unserer Sicht noch etwas sehr ungeausgereift und noch nicht, sehr unausgegoren noch und dann mögliches, also unser damaliges Kooperationsangebot an Fridays for Future, was ja im Moment pausiert, wegen unseres Kooperationsangebotes an Wir 2020, das ja im Moment besteht und läuft. Und ja, und eben wieder Hans-Werner Sinn, Markus Krall, das sind die Leute, mit denen man ja noch und über die man ja noch reden kann, weil sie eben durchaus nicht nur Irrtümer verbreiten, sondern auch die eine oder andere sinnvolle Geschichte äußern. Dann haben wir hier, was ist jetzt wirklich neu an der GWÜ, das ist also auf dem Kongress, Makers for Humanity for Future Summit, wieder mit dem Herrn Reinhard Sellnow von der Gemeinwohlökonomie, auch wieder, wobei wir da noch nicht so, vielleicht, obwohl man da auch schön an dieser Sendung schon sehen kann, von Gemeinsamkeiten und Unterschiede sozusagen, aber sozusagen letztendlich sozusagen, man kann da, sollte da noch mehr gegenseitig so nach dem Motto sprechen, wo sehen Sie denn jetzt den Schwachpunkt in dem jeweils anderen Modell und wo sehen Sie die Stärke dann des eigenen Modells und welche Argumente gibt es dafür? Und ja, das ist doch, und wie gesagt, Herr Gastmann hier nochmal. Und jetzt will ich mal darstellen, Herr Gastmann hat das ja auch versucht, so einfach mal dieses Links-Rechts-Schema, zu dem ja die Gesellschaften neigen und deswegen werde ich das mal versuchen, so ein bisschen moderner noch zu machen und dabei noch die Stichworte Verschwörungstheorie mit reinzusehen. Wir haben also ganz links außen und ja, dazu nehme ich jetzt vielleicht mal das Tagesbild wieder her. Also wir haben ganz links außen, ja, oder ich mache es mal anhand der Normalverteilung, weil das meine Erfahrung ist, auch was die Intelligenz anbetrifft. Und ja, wir können es mal hier, so, Greta Thunberg, ja, Fridays for Future. Ja, also, ich fange mal hier an. Wir haben hier ganz links außen und meiner Erfahrung nach, das können Sie natürlich anders sehen, die verfassungsfeindliche Linke und die aus meiner Sicht im eher wenig intelligenten Bereich der Gesellschaft. Das handelt hier, es handelt sich um gewaltbereite, primitive Menschen, die am liebsten Leute totschlagen möchten, diktatorische Gemüter, die gar nicht demokratiefähig sind, sondern Demokratie ist, ich will doch, dass es so und so gemacht wird und jetzt setze ich das auch mit Gewalt durch, dass es so gemacht wird. Das sind so, also primitive Gemüter, unintelligent, gewaltbereit, verfassungsfeindliche Linkskriminelle sozusagen. Also, die verfassungsfeindliche Linke, die ist verschwörungstheoretisch. Karl Marx ist ja keine Wissenschaft, sondern ist ja ein großer Verschwörungstheoretiker, dessen Kernaussagen quasi sind. Ja, da gibt es die bösen, bösen Reichen, die bösen Teufel. Das sind schreckliche Ausbeuter, das sind, also Untermenschen, das sind Ausbeuter, bösartige Mehrwertabschöpfer und die sollte man eigentlich alle totschlagen tendenziell. Wobei das hoffentlich ja Karl Marx nicht gesagt hat, aber das ist ja das, was wir in der verschwörungstheoretischen, verfassungsfeindlichen Linken ja sehen. Ja, und das vergessen viele, dass die Linken, die verfassungsfeindliche Linke natürlich auch eine verschwörungstheoretische ist. Und das mahnt uns nochmal an das Verschwörungstheoretische, ja, sozusagen, denn da ist sozusagen in jeder Verschwörungstheorie steckt der Gewaltaufruf versteckt, ja, weil es ja dann immer den bösen Feind gibt. Da ist immer Feindbild und Hass und der Böse, hier der böse reiche Unternehmer, ja, der Mehrwertabschöpfer, der Ausbeuter, ja, der seinen Unternehmerlohn ja gar nicht verdient, der ja gar keine Leistung bringt für die Gesellschaft, der ja gar keine Arbeitsplätze schafft, ein wertloser Untermensch, der irgendwie sich das Kapital angerafft hat und so weiter. Und der also sozusagen ein, ja, also ein böser Krimineller ist, den man eigentlich nur töten muss, ja. So, das ist das Gefährliche an dieser verfassungsfeindlichen, verschwörungstheoretischen Linken, ja. Und die neigt dann auch zu dem Pseudo, und das verwechseln viele, ja, ganz viele verwechseln immer wieder Pseudokommunismus und echten Kommunismus. Also wir, die Next Scientists for Future, verurteilen total jede Form, das Pseudokommunismus, Pseudosozialismus und der Pseudoplanwirtschaft, also Sowjetunion, DDR und all Venezuela und all diese andere Unfug, natürlich ist das völlig verrückt gewesen, ja. Aber das ist ja auch ein Produkt, das ist ja der Missbrauch dieser Worte. Aber wir als wissenschaftliche Denker wollen uns natürlich nicht die Worte Kommunismus, Sozialismus und Planwirtschaft wegnehmen lassen aus dem Diskussionsraum, nur, weil diese verfassungsfeindlichen, verschwörungstheoretischen Linken diese Worte missbraucht haben für ihren Pseudokommunismus, Pseudosozialismus und ihre Pseudoplanwirtschaft, die nichts anderes war als eine Stümperei, ja, sozusagen, ja. Und dann haben wir, jetzt wird es also schon ein bisschen, also jetzt, ich habe mal hier oben angefangen, da war ja jetzt die verschwörungstheoretische Linke, die war hier in diesem Bereich, ja. Und dann haben wir als nächstes sozusagen hier die, nächste kommt die verträumte Linke, ja. Die verträumte Linke ist also nicht gefährlich in dem Sinne, sondern sie hat halt nur wenig Kontakt zur Realität. Die ist vielleicht von der Intelligenz her eher so in der Mitte der Gesellschaft angesiedelt. Da könnte man jetzt irgendwo, die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber, die liegt irgendwo hier dazwischen, also zwischen, irgendwo dazwischen, zwischen der verträumten Linken und der verfassungsfeindlichen Linken. Da ist, der wurde ja auch mal bezeichnet als Herz-Jesu-Maxist, der Christian Felber. Das trifft es ganz gut, da sind so Dinge drin wie, ja, also letztendlich Enteignung, ja. Also sozusagen, ja, was ist da sozusagen, ein bisschen hat es auch was Sektenmäßiges, von wegen Herz-Jesu-Marxisten, also was Religiöses. Da, so bei Christian Felber, Gemeinwohlökonomie, sieht man diese Enteignungstendenz, also Unternehmen ab einer gewissen Größe wird dann enteignet, ja. Und genauso wird sozusagen ab einer gewissen Höhe werden Einkommen dann abgeschnitten, also auch wieder enteignet, also zum Beispiel, wenn ein Einkommen 20 Mal höher ist als, was weiß ich, das Grund-, also das kleinste Einkommen in der Gesellschaft sozusagen, dann wird da geschnitten sozusagen und dann wird also das, was entsprechend der, jedenfalls dieser Mitarbeiter, der vorher ein sehr viel höheres Gehalt bekommen hat, der wird dann in diesem Sinne enteignet, ne. Und dass das natürlich riesige Folgen hat, dass solche Leute natürlich schleunigst Deutschland verlassen und auswandern, das wird dann nicht gesehen, sondern, und die Sekte, Gemeinwohlökonomie, also mit diesen leicht sektiererischen Zügen, hat also solche Göttinnen wie die Mutter Erde, die Göttin Umwelt, die Göttin Natur, die Göttin die Tiere und die Göttin die Nichtdeutschen. Ja, alles wird verherrlicht, überall wird Gottesdienst geleistet, die Gesellschaft soll umgebaut werden, damit sie sozusagen der Mutter Erde dient, um der Mutter Erde willen, der Nichtdeutschen dient, also der ausländischen Welt dient, um der ausländischen Welt willen, der Umwelt dient, um der Umwelt willen, der Natur dient, um der Natur willen, den Tieren dient, um der Tiere willen. Und die Next Scientist for Future, als die vernünftige, realistische, evolutionsbiologische Linke, die sagt dann natürlich, nein, wir müssen der Mutter Erde dienen, um der Bürger Deutschlands willen, um unserer Nachbarn willen. Und genauso viel müssen wir der Mutter Erde dienen, wie sinnvoll ist, für eine Glückssteigerung, Gesundheits-, Langlebigkeits- und Wirtschaftswundersteigerung in Einheit sozusagen. Wir müssen uns also um alle vier Aspekte kümmern. Lebensglück, tausendmal mehr Lebensglück, tausendmal mehr Gesundheit, ganz viel mehr Langlebigkeit und viel mehr Wirtschaftswunder. Und das alles als Einheit für unsere Nachbarn und Bürger hier in Deutschland. Und nicht die Mutter Erde, Gottesdienst gegenüber der Mutter Erde betreiben sozusagen. Ja, keine Erdverherrlichung, keine Umweltverherrlichung. Wir machen so viel Umweltschutz, dass es unseren Bürgern besser geht. Und so viel Naturschutz, dass es unseren Bürgern besser geht. Und so viel, sozusagen, Tierschutz, dass es für unsere Bürger besser ist. Und dass zum Beispiel, falls Leute noch Fleisch essen wollen, sie dann wenigstens gesünderes Fleisch bekommen. Und wir machen eben so viel, so viel kümmern wir uns auch darum, dass wir auch die Welt beraten und die Weltstaaten pazifistisch und glücklich machen, weil das auch für uns wieder gut ist. Und soweit es für die deutschen Bürger gut ist. Ja, aber doch nicht, wir machen doch nicht sozusagen jetzt hier einen Gottesdienst auf und zerstören das Leben unserer Bürger, um die Umwelt zu retten oder die Natur zu retten. Sondern an erster Stelle steht doch das Wohlergehen unserer Bürger und Nachbarn. Und das ist dieses Herz-Jesu-Marxistische, dass das bei Christian Fellber nicht eindeutig ist. Und diese Enteignungstendenzen, die reichen ja bis ins Verfassungsfeindliche rein. Und die würden eben auch unsere Wirtschaft zerstören. Die würden also Deutschland ruinieren. Also, Christian Fellbers Gemeinwohlökonomie irgendwo zwischen verfassungsfeindlicher Linke und verträumter Linke mit nur leichten verschwörungstheoretischen Aspekten. Er sozusagen neigt ja auch nicht zu diesem Pseudokommunismus, was ja sehr erfreulich ist. Also eher, vielleicht eher tendenziell mit Schwerpunkt auf der verträumten Linken. So, also, wir haben also hier, also haben wir nochmal die verfassungsfeindliche Linke, dann haben wir hier die verträumte Linke. Und dann haben wir hier die realistische, vernünftige, evolutionsbiologische Linke, zu der nur die klügsten Menschen mit den größten Intelligenzen fähig sind, sozusagen. Ja, und deswegen sind wir ja so glücklich, dass wir mit einem Doktor der Physik einen so klugen Mann und so kluge Parteimitglieder haben. Ich habe da, ich erinnere mich an vier, fünf, sechs sehr kluge Leute, die sehr kompetent da mitdenken können. Und so, dass dann entsprechend die Verhandlungen mit, also die Reformgespräche, Reformengespräche mit Next Scientist for Future und dem entstehenden Parteiverband, dem entstehenden Landesverband der Partei WIR 2020 mit dem Doktor der Physik, sozusagen so entsprechend konstruktiv verlaufen sind. Ja, und dann kommt, danach kommt dann jetzt die, so, ich mache es nochmal, also hier oben, hier oben hier, ist sozusagen, war die verfassungsfeindliche Linke, hier wäre dann irgendwo die verträumte Linke, und dann haben wir hier die realistische, evolutionsbiologische Linke. Und dann geht es wieder zurück, jetzt kommt hier die evolutionsbiologische Rechte, die unrealistische evolutionsbiologische Rechte, muss man sagen, da müssen so Namen genannt werden, wie Markus Krall, Thilo Sarrazin, Professor Ulrich Kutschera, gehört dahin, das Gute darin ist, dass sie immerhin schon evolutionsbiologisch sind, sie sind also schon etwas hier, also vielleicht sogar hier noch angesiedelt, also durchaus, Doktor Sarrazin, Professor Ulrich Kutschera, da ist schon ein gewisses Intelligenz vorhanden, deswegen ja auch unrealistische evolutionsbiologische Rechte, da ist so eine leichte, bei manchen eine leichte Deutschtümelei mitzuspüren, ein leichtes Minispuren eines Nationalismus, was uns gar nicht gefällt als evolutionsbiologische Linke, auch Minispuren einer Art Rassismus, also das, was wir sozusagen ganz klar sagen, hier, wir freuen uns über hier eine schwarzafrikanische Ärztin, die dann mit einem schon länger hier lebenden deutschen Bürger Kinder in die Welt setzt, toll, bringt uns frische Kähne, bringt uns gut, überfruchtet uns, also wir stehen sozusagen, ja, Multikulti in diesem Sinne, Einwanderung, Hochqualifizierter aus Schwarzafrika, aus Indien, aus allen Teilen der Welt, gerne, gut Arbeitsplatzschaffende, Unternehmer, Investoren, leistungsfähige Ärztinnen und so weiter, gerne, ja, da würde uns vielleicht Herr Gastmann wieder widersprechen, weil er da ein Stück weiter, noch weiter links ist, als wir an diesem Punkt, nämlich wir sagen, jedes Land versucht, das ist auf der Welt ein Wettbewerb, halt, das ist halt eine Wettbewerbssituation auf der Welt, dass jedes Land versucht, Braindrain zu machen, dass versucht, die klügsten Köpfe zu sich zu locken und möglichst versucht, jedes Land möglichst wenig kluge Köpfe zu verlieren, und wenn aber gerne diese schwarzafrikanische junge Ärztin zu uns kommen möchte, ist sie herzlich willkommen und bei uns nur die Vorschrift, keine Parallelgesellschaften, also sobald sie dann ein Kind bekommt, wird ein Gentest gemacht und wenn der Vater, der leibliche Vater sozusagen, aus der Gruppe der schon länger hier Lebenden stammt, dann ist es okay, wenn nicht, muss sie das Land verlassen, denn wir dulden keinen Aufbau von Parallelgesellschaften in Zukunft mehr in Deutschland, das ist bei der Evolutionsbiologischen Linken so, dass sie sagt, wir müssen die Evolutionsbiologische Vernunft walten lassen, Parallelgesellschaften führen letzten Endes immer zu kleinen, aufkeimenden Bürgerkriegen, wie wir das in den USA sehen, die haben so viele Parallelgesellschaften, die dann eben mit Waffengewalt immer wieder auf sich gegenseitig losgehen, sozusagen entweder als Gangs oder dann so in ganzen Demonstrationskrawallen aufeinander losgehen, sozusagen weiße Polizei gegen schwarze Afrikaner und so weiter, ja, die Afroamerikaner und so weiter, also Parallelgesellschaften ist sicherlich aus Evolutionsbiologischer Ziel kein Ziel für eine glückliche, gesunde Gesellschaft, deswegen, also das heißt, lieber Herr Gastmann, ja, also tut uns leid, die Evolutionsbiologische Linke, die realistische, vernünftige Evolutionsbiologische Linke, also die Next Scientist for Future bestehen eben schon auch auf diesem Egoismus, wir verlieren auch immer wieder Leute ans Ausland, kluge Leute, und wir freuen uns auch dann, wenn kluge Leute aus dem Ausland zu uns kommen, ja, also insofern ein Einwanderungsgesetz, ja, ein gekonntes Einwanderungsgesetz, ja, und wie gesagt, dann haben wir hier wieder die, ich war dabei gewesen, hier die Evolutionsbiologische Rechte vorzustellen, die vielleicht, die unrealistische Evolutionsbiologische Rechte vorzustellen, und, ja, die wir eben, mit denen man sich ja immerhin noch vernünftig unterhalten kann, und wo man halt ansprechen muss, wie sie, durch welche Irrtümer, wissenschaftlichen Irrtümer, sie so eine leicht nationalistische, völkische Idee haben, also ich sage es noch einmal, und so eine Verliebtheit in eine angebliche deutsche Kultur, noch einmal unsere Kernaussage, Wir als evolutionsbiologische, realistische Linke sagen ganz klar, wir wollen doch keine deutsche Kultur behalten, die deutsche Kultur, aus der Hitler hervorgegangen ist, aus der der Nationalsozialismus hervorgegangen ist, eines der schlimmsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte hervorgegangen ist, Massenmord hervorgegangen ist, diese Kultur wollen wir doch nicht erhalten, wir wollen sie doch verbessern, wir wollen nicht den Menschen verbessern, was man ja zu Recht den Linksextremisten vorwirft, der verfassungsfeindlichen Linken, dass sie immer irgendwo den Menschen verbessern wollen, nein, wir lassen den Menschen so wie er ist, versuchen ihn natürlich menschlich zu verbessern, aber sozusagen machen ein System, das menschenfreundlich ist und das die Menschen motiviert, verantwortungsbewusst und sozial zu handeln, durch positive Anreize werden also die Menschen dazu gebracht, sozusagen weder als schwarze Schafe kriminell zu handeln, noch aufgrund von vorteilbringenden Irrtümern, irrtümlich uns Schaden zuzufügen, wie sozusagen durch zum Beispiel vorteilbringende Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümer bei der Schweinegrippe oder bei Corona oder ähnlichen Dingen, dann haben wir hier die, ja, dann haben wir als nächstes die unrealistische Rechte, ja, das wäre dann, jetzt sind wir in diesem Bereich, jetzt haben wir hier die unrealistische Rechte, in diesem Bereich ist die AfD zu nennen, ja, die Werteunion, also die rechten Teile der CDU zu nennen, ja, und, ja, ich lese dazu passend nochmal unseren Slogan vor hier, wir haben den ja übernommen von einem Kommentar aus dem Internet, hier den Kommentar, wir, also wir 2020 ist gemeint, wir groß geschrieben, verbessern die Politik der Grünen, der SPD und der Linken Teile von CDU, FDP, also nix werte Union, ja, keine Spur von der Linken und der AfD und auch keine Spur von der Werteunion, ja, Punkt. Denn, wie gesagt, die sind uns die zu sehr Deutschkulturtümelei, zu viel deutschnationalistische Tümelei, zu viel leicht völkische Tümelei, zu viel leicht, ja, rassistisches vielleicht sogar, denn, wie gesagt, wir brauchen frische Gene, das geht nicht darum, irgendeine nicht existierende Rasse zu erhalten, sondern wir sind auch nur ein Genmix und den Genmix zu befruchten hier mit netten schwarzafrikanischen Ärztinnen, kompetenten Leuten aus aller Welt sozusagen, aber natürlich auch mit den Kindern unserer Karrierefrauen, denen wir ja endlich wieder die Möglichkeit geben wollen, Kinder zu bekommen, ja, das ist selbstverständlich, ja, aber wer unsere Sendungen kennt, weiß das ja auswendig schon, Und dann, also die unrealistische Rechte, AfD, Werteunion, braucht kein Mensch, und dann haben wir die verfassungsfeindliche Rechte, die verschwörungstheoretische verfassungsfeindliche Rechte, die ist dann hier angesiedelt. Also noch einmal, wir sind gegangen von der verfassungsfeindlichen Linken über die verträumte Linke zur realistischen, evolutionsbiologischen, naturwissenschaftlichen Linken, Next Scientist for Future, und dann sind wir gegangen zur unrealistischen, evolutionsbiologischen Rechten und dann zur unrealistischen Rechten, der dir sogar dann noch das naturwissenschaftliche Element fehlt und abgeht, sozusagen, AfD und Werteunion, und jetzt sind wir bei der verfassungsfeindlichen Rechten, der verschwörungstheoretischen, verfassungsfeindlichen, unrealistischen Rechten, sozusagen, und da sind wir wieder bei der geringen Intelligenz, der großen Gewaltbereitschaft und dem Primitivismus, sozusagen. Da reichen sich die Verschwörungstheoretiker von links und rechts die Hand. Hier war es der böse, reiche Unternehmer, das Mehrwertabschöpfungsschwein, das Ausbeuterschwein, das Feindbild, sozusagen, und der darin steckende Gewaltaufruf und diktatorische Tendenzen. Und hier haben wir dann bei der verfassungsfeindlichen, verschwörungstheoretischen Rechten wieder dieses hier, Hier ist es dann, sind es die bösen, reichen Juden, die, wie heißen sie, die Rothschilds, die Rockefellers und so weiter, oder was da immer, die Bill Gates, oder wer da immer beschimpft wird, sozusagen. Und dann wird immer so getan, also als ob eben plötzlich die alle, nicht nur wenige schwarze Schafe, da vielleicht kriminelle Absichten haben, und der Rest sich aufgrund von vorteilbringenden Irrtümern irrt, sozusagen. Ich mache das nochmal als Beispiel. Sondern, also die verfassungsfeindliche Rechte, da sind das halt alles Kriminelle. Das sind alles Kriminelle, gegen denen über dann ja Gewalt gerechtfertigt ist. Denken Sie nur an die ganzen rechtsradikalen Morde. Und hier denken Sie an die ganzen linksradikalen Morde. Ich erinnere nur an die Rote Armee Fraktion und deren Morde. Und hier haben wir die Morde, die rechtsradikalen Morde. Und ich mache es nochmal deutlich. Natürlich ist jemand auch gefährlich, ein Einzelfall, ein schwarzes Schaf, ein Krimineller, der uns Gammelfleisch verkauft. Ja, natürlich. Aber viel gefährlicher ist doch der, der Großkonzern, der an den vorteilbringenden Irrtum glaubt, dass Zucker ein wertvolles Lebensmittel sei und uns in alle seine Produkte Zucker reintut und dadurch unsere Gesundheit massivst schädigt. Aber aus einem Irrtum heraus, der ist doch viel gefährlicher, also sozusagen. Und insofern haben wir hier es also, und wie gesagt, da nennen wir auch gar keine Namen mehr bei den verfassungsfeindlichen, verschwörungstheoretischen Rechten, weil die uns einfach, die haben jeden Kontakt zur Realität verloren und mit denen lohnt es sich auch nicht zu diskutieren, weil die haben auch keine guten Ideen. Ja, da ist ja auch der Intelligenzquotient und die durchschnittliche Intelligenz so gering, da ist nichts. Da ist keine Substanz, da ist gar nichts. Ja, also noch einmal, also geringe Intelligenz, verschwörungstheoretische, verfassungsfeindliche Linke mit ihrem Pseudokommunismen, Pseudosozialismen, sozusagen, dann die deutlich intelligentere, verträumte Linke, eventuell jetzt dann, also wo dann vielleicht die Gemeinwohlökonomie ihren Schwerpunkt hat, mit leicht sektierischen Zügen, herzjesomarxistischen Zügen sozusagen, aus dem Übergangsfeld von verfassungsfeindlicher Linke und verträumter Linke mit Enteignungstendenzen, die ja durchaus dann verfassungsfeindlich wären, ja, und dann haben wir hier Schluck Wasser, die vernünftige, realistische, evolutionsbiologische Linke, vertreten durch die Next Scientist for Future, den Weltrat, leider die einstige Instanz der Welt, die also die einzigen evolutionsbiologischen linken Politikwissenschaftler sozusagen und die neue echt naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre, NVWL, ja, und dann haben wir eben hier die unrealistische evolutionsbiologische Rechte, Krall, Sarrazin, Kutschera, sind so die prominentesten Namen, dann geht es weiter mit der unrealistischen Rechten, AfD und Werteunion, da lohnt sich auch schon kaum noch das Gespräch, da ist keine Substanz, da fehlt die naturwissenschaftliche Basis und ja, wo müssen wir die Bürgerräte einordnen, also da, ja, vielleicht die Bürgerräte, Bürgerversammlungen, das und Volksentscheide, das ist vielleicht in diesem Bereich hier auch so in der Nähe der verträumten Linken anzuordnen, ja, und dann haben wir hier, also wie gesagt, hier waren wir gerade bei AfD und Werteunion, die unrealistische Rechte, die noch nicht mal das Level der evolutionsbiologischen Politikwissenschaft erreicht hat und dann haben wir die verfassungsfeindliche, unintelligente, hier primitive, verfassungsfeindliche, verschwörungstheoretische Rechte mit der entsprechenden Gefahr der Auffetzung zur Gewalt und mit der, mit den rechtsradikalen Morden und hier oben hatten wir die linksradikalen Morde, die RAF und hier haben wir die rechtsradikalen Mörderbanden, ja, und das ist die traurige Situation einer kranken Gesellschaft und das wollen wir ja ändern, wir wollen ja im Prinzip, dass das hier unsere, unsere Welt bestimmt, und zwar weltweit, so dass wir alle wieder glücklich, glückliche, gesunde Menschen sind, ohne Gewalt, ohne all diese, diesen, diesen, ja, die ganzen Irrtümer, die leider schon ab hier beginnen, also der unrealistische Teil beginnt ja schon ab diesem Strich hier nach Richtung links, ne, also, ja, und, ja, und wie gesagt, Herr Gastmann, schönen Gruß also, ich mache es jetzt hier per Sendung, herzlich eingeladen, doch mitzudiskutieren, mit, mit vielleicht der, der Gemeinwohlökonomie, die Sie ja zu Recht auch schon sachlich kritisiert haben, also mit der Gemeinwohlökonomie, für die es ja auch Sympathisanten innerhalb von Wir 2020 gibt, und, mit dem Thema Bürgerräte, Bürgerversammlungen, Volksentscheid, Vor- und Nachteile, wo, Next Scientist for Future, Wohlfühlstimme, wo liegen die Vor- und Nachteile, wo liegen die gegenseitigen Kritikpunkte, was, was für Schwachpunkte können wir gegenseitig kritisieren, an den jeweils anderen Modellen, ja, was wir nicht brauchen in der Diskussion ist, wir brauchen weder die unrealistische, evolutionsbiologische Rechte, die ist überflüssig wie in Kropf, die unrealistische Rechte, AfD und Werteunion, sind überflüssig wie in Kropf, und die verschwörungstheoretische Rechte schon gar nicht, aber die verträumte Linke ist ein interessanter Gesprächspartner, und die evolutionsbiologische Linke, also noch einmal zurück hier, wir verbessern die Politik der Grünen, der SPD, der linken Teile, von CDU und FDP, keine Spur von der Linken und der AfD und der Werteunion, Punkt, ja, also, das ist das, worum es gehen sollte, und, ja, dann geht es weiter jetzt hier, im heutigen Programm, ach so, da ist nochmal Herr Gastmann, ja, also Herr Gastmann, schönen Gruß nochmal, herzlich eingeladen, wir sollten das, das war unser Vorschlag von Anfang an, unsere Empfehlung, leider war es dem entstehenden Landesverband, dem Doktor der Physik, nicht so schnell gelungen, von der Partei wir 2020 sozusagen, da wirklich die Vertreter der, der verschiedenen Richtungen zusammenzubringen, also noch einmal, bitte, Christian Fellber mit reinholen, in die Diskussion von der Gemeinwohlökonomie, Vertreter von Bürgerräten bis Volksentscheiden, reinzuholen, Herrn Gastmann von der Economy, Economy, Economy for Mankind, so spricht man es glaube ich aus, der ja jetzt auch, wir 2020 Mitglied ist, und eben, ja, das kann man dann noch überlegen, ob man noch Gradido dazunehmen will, um dann mal kontrovers zu diskutieren, ob nicht diese Schwundgeldsysteme nicht gewisse Mängel haben, ne, und bedenkliche Mängel haben, sozusagen, eher auch zu verträumten Linken eventuell gehören, wo nicht genügend Realitätskontakt manchmal da ist, und, ja, lassen Sie uns das alles diskutieren, ja, und, ja, und die Partei, wir 2020, äh, ist dann die neue Volkspartei, die echte Volkspartei der Mitte, aber die, die eben viel besser ist als, es geht ja schließlich darum zu verbessern, also viel besser als CDU und FDP und SPD und Grüne ist, aber eben die neue große Volkspartei der Mitte, und wir können ja nur ein bisschen plädieren, als wir als externe Berater, die wir gern zur Verfügung stehen, würden sagen, ja, also wir empfehlen Ihnen schon ein bisschen, sozusagen, sich auch ein bisschen als realistische, evolutionsbiologische Linke zu verstehen, also als leicht links, sozusagen, ja, als Volkspartei der Mitte, mit vielleicht einem leicht linken Touch, ja, äh, das empfehlen wir Ihnen als Positionierung dieser neuen Volkspartei, äh, 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 wir haben nun mal halt für dieses, äh, sozusagen, äh, größere Sympathien für das leicht linke, als für das, äh, als für alles andere, ja, deswegen, also das ist ja, aber das braucht Sie ja nicht zu stören, dass wir vielleicht dann etwas, als Weltrat und als Next Scientist for Future, ein klein wenig mehr links gerichtet sind, als die Partei vielleicht in ihrer Gesamtheit, ne, ich hoffe, das stört Sie nicht größer, dass da wir da ein bisschen weiter links positioniert sind, ne, ein paar Millimeter weiter links sitzen, ne, gut, äh, dann haben wir jetzt als nächstes, gehe ich noch mal zu den Tagesthemen, gestrige Tagesthemen, das ist ja immer unser Thema, wählt wir 2020, Leute, jetzt gilt es, unterstützt und wählt wir 2020 auf alle erdenklichen Weisen, äh, wählt wir 2020 Bodo Schiffmann plus Next Scientist for Future Reformen, ist Schutz vor der AfD, vor Markus Krall, vor Thilo Sarrazin und aber auch vor der Gemeinwohlökonomie, denn, äh, ich glaube, da sind Sie, Herr Gastmann, da sind Sie und ich, äh, wir uns ja einig, dass die Gemeinwohlökonomie nicht ausgereift ist, ja, sondern eben, äh, zu stark, äh, ja, ich erwähne noch mal das Stichwort, herzjesomarxistische Züge an sich hat, ne, und, äh, Enteignungstendenzen und so weiter, das gefällt hoffentlich auch Ihnen nicht, äh, denn da grenzt man auch ans Verfassungsfeindliche, denn ich denke, dass unsere Verfassung oder unser Grundgesetz, äh, schon auch den Schutz des Eigentums will, also, wir wollen auch, dass irgendwann die Schere zwischen Arm und Reich, äh, zusammengeht, aber das darf man nicht mit Gewalt anvisieren, und nicht, äh, in Hauruck verfahren, das muss, in einer positiven Gesellschaftsevolution, muss das schnellstmöglich erreicht werden, und Sie wissen ja, liebe Zuschauer, dass wir ja sozusagen, äh, erstens mal, wir unterscheiden uns ja von der verfassungsfeindlichen Linken an dem Punkt, dass wir sagen, nicht hier die bösen, bösen reichen, sondern das sind unsere geliebten Milliardärskönige, unsere geliebten Politikkönige und unsere geliebten Journalistenkönige, die nun mal unsere Welt regieren, das müssen wir ganz sachlich akzeptieren, das ist im Moment so, und, äh, und wir laden diese herzlich ein, mit uns gemeinsam, in der tausendmal glücklicheren, gesünderen, langlebigeren und wirtschaftswunderlastigeren, besseren Welt der Zukunft zu leben, in einer pazifistischen, friedlichen Welt, mit, äh, in der wir alle glücklicher und gesünder und länger leben können, sozusagen laden wir die herzlich ein. Bei uns gibt es also kein Feindbild, wir haben gar kein Feindbild, ja, ja, und weil wir eben die letzten 13,8 Milliarden Jahre dieses Universums untersuchen und uns darauf beziehen und auf die letzten 13,8 Millionen Jahre der, der Evolution der menschenähnlichen Lebewesen uns beziehen, ja, und uns mit Sorge, die, äh, sehen, dass wir schon längst in einem Degenerationsprozess der Menschheit uns, äh, befinden und den wir unbedingt aufhalten müssen und wieder hier in diese Richtung zurückgehen müssen und, äh, in Richtung noch größerer Gehirne wieder wachsen müssen, äh, äh, denn wir haben schon erheblich an, nach Ansicht mancher Forscher schon 150 Milliliter Gehirnvolumen und damit auch Intelligenz verloren, ja, und in den letzten 40.000 Jahren. Und dann hier, das ist unsere Weltkarte, also wir wollen eine pazifistische Welt hier mit, äh, äh, Nordostasien, hier vielleicht China, chinesischer Bereich, australischer Bereich, Indonesien, äh, Südostasien, Australien, dann haben wir hier Nordamerika, Südamerika, Afrika, Europa, Nordeuropa oder so, ja, so diesen Bereich, äh, diese ganze Welt, pazifistisch und friedlich und eventuell haben manche Leute Lust am Schluss tatsächlich in einem echten Kommunismus leben zu wollen, der überhaupt nichts zu tun hat mit Pseudokommunismus, Pseudosozialismus und, äh, dass wir eben gucken müssen, dass wir sozusagen, äh, staatliche Elemente, dass wir also sozusagen, äh, gezielt gesetzte, vernünftige, planwirtschaftliche Elemente kombinieren mit vernünftig gesetzten marktwirtschaftlichen Elementen, aber sowohl dem Marktradikalismus und dem, dem wild gewordenen freien Markt, dem Neoliberalismus eine Absage erteilen müssen, als auch, äh, äh, den, äh, den, äh, den verfassungsfeindlichen, verschwörungstheoretischen, linksextremistischen, äh, Pseudoplanwirtschaftlichen Illusionen und den Pseudokommunistischen und Pseudosozialistischen, diktatorischen Illusionen eine endgültige Absage erteilen müssen, äh, die Wahrheit liegt im sowohl als auch vernünftige planwirtschaftliche Elemente, äh, positive Anreizsetzungen von Staatswegen, Verdienstzuschüsse für gutes Handeln in der Gesellschaft, äh, Lenkung, äh, der Wirtschaft in Richtung, äh, äh, Menschenschutz, Umweltschutz, Gesundheitsschutz, Umweltschutz für unsere Bürger, äh, Naturschutz für unsere Bürger, äh, Erdschutz für unsere Bürger, Klimaschutz für unsere Bürger, äh, äh, und so weiter, Befriedung der Welt für unsere Bürger, und so weiter, aber nichts, immer steht unser Bürger, unser Wähler im Mittelpunkt, ja, also, äh, das, äh, muss das Prinzip sein, ja, und deswegen, und, ja, schade, äh, Greta Thunberg, äh, Fridays for Future, Luisa Neubauer, haben sich offensichtlich nicht als kooperationsfähig erwiesen, äh, die hätten ja dann auch ihre Wunsche, äh, ihre Wünsche erfüllt bekommen von uns, aber sie haben das weder verstanden noch richtig gewollt, und, äh, ja, nochmal, Herr Gastmann, zur Erinnerung, sie haben es ja von uns ja auch schon gehört, also, für uns ist es so, dass der, die Evolution so verlaufen ist, dass der erste Frühhändler der Evolution, Frühhändler und Früharzt der Evolution noch in der Wahrheit war, also noch keine glückszerstörenden und gesundheitszerstörenden Inhalte hatte, und deswegen aber auch keine Konsumsteigerung erzielen konnte und deswegen immer vom Aussterben bedroht war, während wir hier nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, hier haben wir also die evolutionsbiologische Linke, äh, also nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion notwendig, äh, sich irrende Frühhändler und Frühärzte haben, und die fangen an, uns sozusagen, äh, Krankheits-, also die sind im Irrtum und halten krankheitsförderliche Lebensstile für gesund, ja, sozusagen, oder für unbedenklich, äh, lenken uns quasi in die Krankheitsförderung und in, äh, die Unglück-, in ein unglückliches Leben hinein, reden uns unsere Glücksquellen weg, sind körperfeindlich, sexualitätsfeindlich, liebesfeindlich, äh, und so weiter, und glücksfeindlich generell, sozusagen, und dadurch werden die Menschen unglücklich, dadurch werden sie kaufsüchtig, konsumsüchtig, shoppingsüchtig, medikamentensüchtig, tablettensüchtig, und so weiter, und dadurch kann dieser dann hier zwei leibliche Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren, wird der Vorfahre von Drosten, Wieler und Lauterbach, seine dann jetzt sich vorteilbringenden Irrtümer, breiten sich massenhaft aus und werden als Killer-Viren des Geistes zur Massenmanipulation im Gehirnwäsche der Menschheit, äh, und, äh, und solche vorteilbringenden Irrtümer finden halt natürlich auch geistige Nachfolger. Wir haben dann also geistige Nachfahren, unkörperliche Nachfahren tragen gleichermaßen diese Killer-Viren des Geistes, diese vorteilbringenden Irrtümer und verbreiten sie in aller Welt als Erfolgsmodell sozusagen. Und, äh, das, äh, genau das wollen wir ja, äh, äh, beenden, indem wir die vorteilbringenden Irrtümer und natürlich auch alle schwarzen Schafe aussterben lassen durch positive Anreize, die dazu führen, dass mit Irrtümern oder gar kriminellem Handeln gar keine Gewinnige mehr gemacht werden können, weil die Verdienstzuschüsse dann, äh, äh, sozusagen ausschließlich auf die Wahrheitsträger orientiert werden, die dadurch dann an diese Stelle rücken. Also dann sozusagen werden die Wahrheiten zu vorteilbringenden Wahrheiten und breiten sich ruckzuck aus in der Gesellschaft und finden ganz schnell Nachahmer und Nachfolger, während die vorteilbringenden Irrtümer und die kriminellen Absichten aussterben, weil es dann für die keinerlei Verdienstzuschüsse gibt und die deswegen dann pleite gehen. Die rücken quasi, also hartnäckige Vertreter von den früheren vorteilbringenden Irrtümern, die dann also jetzt mittlerweile nachteilbringende Irrtümer geworden sind, die werden dann halt aussterben. Wer hartnäckig bei seinen Irrtümern bleiben will, der stirbt dann halt aus, weil er keine Verdienstzuschüsse kriegt, weil das gesunde planwirtschaftliche Element dafür sorgt, dass es für Schädigung der Bürger keine Profite mehr gibt, keine Verdienstzuschüsse mehr gibt, ne? Keine Verdienstzuschläge, keine Verdienstzuschüsse mehr. Ja, wir haben von Professor Sinn das Wort Zuschüsse übernommen, ja, wie er ja auch richtig sagt im Sozialstaat, und Zuschüsse geben, ja, damit wir eben keine Menschen in Not haben, ne? Ja, soweit dazu. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Tagesbild und machen die Kurznachrichten. Ja, so, wir haben jetzt also hier, Ja, leider wurde er schon wieder zum Einknicken gezwungen. Der Präsident der Bundesärztekammer, der bei Markus Lanz so mutig, sozusagen, ja, die realistischen Gedanken geäußert hatte, der wurde natürlich, auf den wurde eingeprügelt verbal von allen Seiten, und der wurde zum Einknicken gebracht und der hat jetzt sich wieder für die Masken ausgesprochen und für die Maßnahmen und so weiter. Aber er hat es immerhin mal gewagt, bei Markus Lanz mal für kurze Zeit sich in der Wahrheit zu bewegen. Er hat auch so, da wurden so Dinge angesprochen wie 4000, ne, also, übrigens ist die Sendung mit Markus Lanz ja auch in der Playlist 4, da finden Sie ja immer, am Ende der Playlist 4 finden Sie immer die neuesten, wichtigen Sendungen des Internetfernsehens bei dem Sender News und Talks, nicht bei unserem eigenen Sender, der ist viel zu klein, sondern bei dem Sender News und Talks, der ja vieles von uns veröffentlicht und auch ein gutes Programm zusammenstellt, der besten Sendung des Internetfernsehens und an dem Ende der Playlist 4 finden Sie ja, in den Playlists finden Sie immer das Gesamtfernsehprogramm dieses Senders und in der Playlist 4 am Ende immer so die neuesten Sendungen. So, dann haben wir 900 Schwerkranke, ich glaube mittlerweile ist die Zahl gestiegen auf angebliche 1100, circa 1100 Intensivbetten, ja 1121 Intensivbetten seien belegt, davon 478 beatmet und ungefähr bis zu zwischen 18.000 und 20.000 Betten, Intensivbetten, die noch als Reserve entweder geschaffen werden können oder noch freistehen, also aus meiner Sicht noch überhaupt kein, das war von Anfang an kein Grund für irgendeinen Lockdown und ist auch heute kein Grund für einen Lockdown. Es ist quasi so, dass wir weit entfernt von einer Vollbelegung, also unsere, der 20.000 Reserveintensivbetten sind sozusagen, von Anfang an hat man einen viel zu großen Puffer gemacht, weil man eben den vorteilbringenden Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum der Pharma- und Impf- und Testindustrie übernommen hatte und deswegen dachte, es handele sich um einen gewalttätigen Killer-Virus, in Wirklichkeit scheint es sich aber von den Zahlen her in Weißrussland und Schweden eher um eine kräftige Krippe, kaliberkräftige Krippe zu handeln, auch wenn immer wieder alle versuchen, beschwörungsartig immer wieder zu behaupten, nein, also bei einem echten Killer-Virus, da hätten wir jetzt nicht 1121 Intensivbetten belegt, sondern 20.000, wenn es ein echter Killer-Virus wäre. Denn da in Schweden und in Weißrussland, die Leute, wenn sie ehrlich sind, ehrlich zugeben, sogar vor der Kamera in der Bild-Zeitung, im Bild-Zeitungsfernsehen zugegeben haben, dass sie überhaupt keine Maßnahmen durchführen und überhaupt nicht Corona beachten, dann müssten doch jetzt eigentlich, wenn es ein Killer-Virus sein, müssten doch 120.000 tote Schweden da liegen. Es sind aber nur 6.000 Tote. Und Deutschland hat jetzt gerade die 10.000 gekratzt. Da kann man dann sagen, Deutschland hat nur 10.000, weil sie ja Maßnahmen gemacht haben. Schweden und Weißrussland haben letztendlich null Maßnahmen gemacht. Das war alles nur Alibi. Faktisch haben die Bürger Corona nicht beachtet. Wenn sie ehrlich sind, geben sie das zu, sogar vor der Kamera. Wenn wir ehrlich sind, wir beachten gar nichts. Schauen Sie sich die Videos an in der Playlist 4, wenn Sie da anschauen, wie die Straßenbahnen fahren. Null Abstand halten, null Masken, null gar nichts. Und in den Bars und Clubs null Abstand, null Masken, null gar nichts. Und von daher also sozusagen gucken Sie nach Schweden, gucken Sie sich die Daten von Schweden und Weißrussland an. Eindeutig Daten in Schweden, einer kräftigen Krippe in Weißrussland. Da spricht so das, was die Bürger da rückmelden, nämlich dass sie praktisch niemanden kennen, der überhaupt auch nur an Corona erkrankt ist. Eine Person kannte mal jemanden, wo im Bekanntenkreis eine Oma gestorben sei, angeblich an Corona. Aber das war es dann auch schon. Also das klingt eher nach einer leichteren Krippe. Kaliber leichtere Krippe. Aber gut, Zugeständnis. Kaliber schwere Krippe. Aber schwere Krippe war von Anfang an niemals ein Grund für irgendeine Maßnahme. Wenn wir dann gesehen hätten, dass von den, was weiß ich, 30.000, 20.000 Intensivbetten, was weiß ich, da wurden ja auch mal 30.000 Intensivbetten, die Deutschland stemmen könnte, wurden ja auch mal genannt. Also wenn von den 20.000 Intensivbetten letztendlich mal 10.000 belegt sind, dann kann man doch mal diskutieren. Dann kann man doch immer noch diskutieren. Professor Streeck hat ganz klar gesagt, es gab nie diesen exponentiellen, explosionsartigen Anstieg, dass quasi innerhalb von zwei Wochen dann aus 10.000 plötzlich 20.000 werden. Nein, das steigt, seit Wochen ist es langsam gestiegen, von 200 auf 300 auf 500 auf 600 und jetzt sind wir bei 800 auf 1100 und so weiter. Ja, 900, 1100. Ja, das steigt so langsam an, dass man immer noch gegensteuern kann. Man kann doch zur Not, wenn man dann bei 18.000 belegten Intensivbetten wäre, kann man doch immer noch eine totale Ausgangssperre machen, so wie das andere Länder machen. Ich brauche doch nicht auf Verdacht, dass genau das gehört zu den vorteilbringenden Gefährlichkeits- Überschätzungsirrtümern der Medizinindustrie, dass man auf Verdacht viel zu viel macht, weil man dann viel zu viel bezahlt bekommt und dann einfach gutes Geschäft gemacht hat. Immer wenn man zu viel Vorsicht fordert, macht man halt das größtmögliche Geschäft. Aber in einer Gesellschaft darf man nicht zu viel Vorsicht machen. Wenn man zu viel Vorsicht macht, richtet man so viel Schäden an, dass man mehr kaputt macht, als man ganz macht. Und genau in der Situation sind wir von Anbeginn an, also ich hätte gar keine Maßnahmen gemacht. Erst bei 10.000 belegten Intensivbetten hätte man ja dann, also bei 18.000 belegten Intensivbetten könnte man dann ja einen Totalausgangssperre machen und bei 10.000 hätte man anfangen können, über irgendwelche Lockdown-Maßnahmen zu diskutieren. Aber doch nicht vorher. Doch nicht reinfallen auf die vorteilbringenden Gefährlichkeits-Überschätzungs-Irrtümer einer doch schon seit Ewigkeiten wild gewordenen Pharma-Industrie, Impfindustrie, Testindustrie, Medizinindustrie, profitorientiert, ohne Ende und so weiter. Also das wissen wir doch. Der Dr. Wolfgang Wodak als linker SPDler weiß der doch schon, dass er seit Ewigkeiten, das wissen wir Arte, wie hieß das, Profiteure der Angst, Schweinegrippe-Geschäft und so weiter. Wir wissen doch, wie die Bundesregierung abgezockt wurde bei der Schweinegrippe, also die Steuerzahler abgezockt wurden bei der Schweinegrippe durch vorteilbringende und die Gefährlichkeits-Überschätzungs-Irrtümer, Schweinegrippe sei ein Killer-Virus. Das Spiel kannten wir doch. Und die Menschen lernen nichts aus der Geschichte. Ja, gut. Und dann müssen wir natürlich, was wir noch sagen müssen, wir dürfen natürlich doch nicht den Bock zum Gärtner machen. Wir dürfen doch die Belegung der wertvollen Intensivbetten und der Beatmungsplätze doch nicht von Ärzten abhängig machen, die durch vorteilbringende Gefährlichkeits-Überschätzungs-Irrtümer sozusagen überängstlich sind und vorschnell solche Betten belegen. Da müssen wir beim Gesundheitsamt vereidigte, völlig neutrale Biologen haben, die keinen Cent jemals von der Medizinindustrie und Pharmaindustrie erhalten dürfen und die dann sagen, okay, nee, der muss noch nicht in ein Intensivbett. Der ist doch noch vital. Der hat auch noch so viel Lebenskraft, da brauchen wir doch kein Intensivbett für. Und dann sparen wir uns, es gehen wir sparsam um mit den wertvollen Intensivbetten. Ja. Ja, dann nochmal ein ganz anderes Thema. Wir haben ja darüber gesprochen hier, wie ist es, wenn... vielleicht sollte man auch ein bisschen die Wohlfühlstimmen getrennt ausrechnen, auswerten, wenn man sie denn einführt, ja, die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, zum Beispiel für Einkommensbezieher ab einer gewissen Höhe, die also sich im Wesentlichen selbst ernähren können. Wir haben ja Einkommensbezieher, die eher ihr Einkommen teilweise oder vollständig vom Staat bekommen. und wir haben Einkommensbezieher, die ihr Einkommen großteils selber erwirtschaften, also auch, wenn wir irgendwann vielleicht sogar ein Bedingungsminiatur, bedingungsloses, mini, mini, mini bedingungsloses Grundeinkommen hätten, dann auch dann, gibt es ja immer noch Menschen, die ihren Großteil ihres Einkommens, also wenn jemand, was weiß ich, ab einem gewissen Prozentsatz seines Einkommens selber erwirtschaftet und erarbeitet, dann sollte man diese Gruppe getrennt auswerten von den anderen, denn wir müssen ja ein bisschen aufpassen, dass nicht die, die ihre Einkommen vom Staat beziehen, dann sozusagen mit schlechten, wohlfühlen, künstlich schlechten, überhöhten Wohlfühlstimmen, versuchen, Druck auf den Staat auszuüben, in Richtung, gibt uns mehr Geld sozusagen, insofern sollte man die immer getrennt ausrechnen und ganz klar sehen hier und ganz klar signalisieren, Leute, es bringt nichts, wenn ihr eure Wohlfühlstimme künstlich absenkt, der Staat gibt euch trotzdem nicht mehr Geld, denn wir werten eure Daten immer für die Geldfrage immer auch getrennt aus, so dass denn über das, was der Staat gibt, müssen immer die wesentlich zugehört werden, die ihr Geld im Wesentlichen selber verdienen, denn die zahlen das ja und insofern muss man da sozusagen die Wohlfühlstimme eben nicht den Fehler machen, den Markus Krall gemacht hat, irgendwie Wahlrecht aberkennen, die Wohlfühlstimme ganz aberkennen, sollte man nur bei Straftätern, weil die ja dann auch, die sollen ja sich nicht wohlfühlen, die sollen ja Strafe erleiden, also von daher, da würde man dann die Wohlfühlstimme ganz, dieses Wahlrecht ganz ausschalten, aber nur bei Straftätern, bei verurteilten Straftätern oder bei verurteilten Personen generell, denn die sollen ja unter der Strafe leiden, egal ob es Geldstrafe ist oder Haftstrafe, also bei verurteilten Menschen ruht das Wahlrecht, das Wohlfühlstimmenwahlrecht, und aber ansonsten bitte keine Wahlrechtsausschaltung, sondern nur sozusagen, wie habe ich das gesagt, getrennte Auswertungen, sodass dann der Staat, die Bürger ganz klar sehen können, aha, die Leute, die ihren Großteil ihres Einkommens vom Staat beziehen, scheinen Druck machen zu wollen und geben relativ schlechte Wohlfühlstimmen ab, darauf reagieren wir aber nicht, denn entscheidend ist für uns erst einmal die Wohlfühlstimmen derer, die das verdienen, was die anderen bekommen. Gut, dann noch kurz Nachricht hier, nochmal das heiße Eisen-Thema Gewerkschaft, denn sozusagen der Vernünftigste unter den, Sie wissen, dass wir den Rat der Wirtschaftsweisen, die Wirtschaftsweisen der Bundesregierung, den, wie nennt man die auch, den Sachverständigenrat der Bundesregierung, die sogenannten Wirtschaftsweisen, die fünf Wirtschaftsweisen, da ist ja sozusagen Professor Truger, Professor Achun Truger, wurde ja von Thilo Jung, von Jung und Naiv, Thilo Jung, Jung und Naiv, interviewt, und das ist der Vertreter der Wirtschaftsweisen, unserer Konkurrenz quasi, der Konkurrenz vom Weltrat, der wurde ja von der Gewerkschaft empfohlen quasi, der Regierung wohl anempfohlen, wenn ich es richtig verstanden habe, ja, und jetzt machen wir uns mal klar, und der ist ein ziemlicher Gewerkschaftsfan und ein Fan von Tariflöhnen, jetzt machen wir uns mal klar, was für ein Problem da drin steckt. Also, ich mache jetzt mal eine ganz provokante These, Gewerkschaften sind die Instanz, die zur Ausgrenzung der Leistungsschwächeren führt, die dazu führt, die Gewerkschaften betreiben das Geschäft, die Leistungsschwächeren in der Arbeitslosigkeit verwahrlosen zu lassen. Gewerkschaften sind heute, sie hatten früher ihre Berechtigung, sind heute zu einer asozialen, antisozialen Institution gewesen. Sie führen einen Krieg der leistungsfähigen Arbeitnehmer gegen die leistungsschwächeren Arbeitnehmer und die Gewerkschaften sorgen dafür, dass diese ausgegrenzt bleiben und verwahrlosen in der Arbeitslosigkeit, in der Massenarbeitslosigkeit. Und tragen mit dazu bei, genauso wie unser jetziges Arbeitsamt aufgrund seiner eigenen Fehlanreize auch und seinem Interesse an einem Heer der Massen, zur verwaltenden Massenarbeitslosigkeit, was gute Karrieren für die Mitarbeiter des Arbeitsamts bedeutet, sozusagen. So haben wir dann zwei Instanzen. Wir haben die Sozialberufler, einschließlich der Arbeitsamtmitarbeiter, die an der Verwahrlosung der Leistungsschwächeren in der Arbeitslosigkeit und in der Massenarbeitslosigkeit interessiert sind, sozusagen, und die Gewerkschaften. Ich mache es an einem Beispiel, die Beweisführung dazu deutlich. Stellen Sie sich vor, wir haben einen Tariflohn von 15 Euro. Jetzt kommt aber ein Bewerber und der Unternehmer sieht, aha, dieser Bewerber ist aber nur 12 Euro pro Stunde wert. Ich müsste ihm aber 15 Euro pro Stunde zahlen. Ich mache also dann 3 Euro pro Stunde Verlust bei diesem Mitarbeiter. Schluck Wasser. Also kann ich den nicht einstellen, sonst gehe ich nämlich Pleitung. Und das bedeutet, dass der Tariflohn und der Mindestlohn alle diese Bewerber quasi der Verwahrlosung in der Arbeitslosigkeit überlassen. Und insofern asozial sind. Scheinbar meint man, damit sei man links, wenn man Tariflohn will. In Wirklichkeit ist man anti-links und anti-sozial und asozial, weil man nämlich einen Teil der Gesellschaft der Ausgrenzung und der Verwahrlosung überlässt. Und noch einmal, das Motto echter linker Politik und echter sozialer Politik der linken realistischen evolutionsbiologischen Linken der Next Scientist for Future ist ganz klar, wir lassen niemanden mehr verwahrlosen. Weder in der Arbeitslosigkeit noch in der Kriminalität. Wir lassen niemanden mehr verwahrlosen in der Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit. Wir lassen niemanden mehr verwahrlosen. Grundsätzlich niemanden mehr. Und das ist echte linke Politik. Also noch einmal, wer sich ausspricht für Gewerkschaften und Mindestlohn ist eigentlich und für ein großes bedingungsloses Grundeinkommen ist eigentlich kein Linker, der ist eher ein Rechter. Weil der sondert, der lässt verwahrlosen. Der überlässt die Leute auch dem Tod. Denn wir wissen, dass die verwahrlosenden Menschen auch sehr schnell sterben. Im Alkoholismus, in der Sucht verlässt der Verwahrlosen. Wir lassen niemanden verwahrlosen. Und das ist eben echte linke, echte linke soziale Politik lässt niemanden verwahrlosen. Gewerkschaften, Mindestlohn und großes bedingungsloses Grundeinkommen führen zur Gesamtverwahrlosung der Gesellschaft und sind asozial und antisozial und sind nicht links, sondern rechts. Ja, das war's mit diesen Kurznachrichten. Also noch einmal hier, um noch einmal der unrealistischen Rechten und der unrealistischen evolutionsbiologischen Rechten eine endgültige Absage zu erteilen. Ich freue mich über jede Schwarzafrikanerin oder jeden Schwarzafrikaner, der zu kompetent ist, fähig ist, Investor ist, reich ist, mit Arbeitsplätze Geschäftschaft hier in Deutschland und der dann seine Kinder bekommt mit einer schon länger hier lebenden Person und zwar einer schon länger hier lebenden, also nicht einer, die vielleicht vor 50 Jahren aus Schwarzafrika zugewandert ist, sondern also nicht Roberto Blanco, sondern einer wirklich schon länger lebenden hier länger, schon seit Jahrhunderten hier sozusagen die Familie, wo die Familie schon mindestens mal 100 Jahre hier lebt und so weiter und dann entsteht auch keine Parallelgesellschaft, dann haben wir kein Problem, wenn wir dann auch nur, wenn das Asyl nur noch in Asylanlagen, in deutschen Asylanlagen, im Nachbargebiet, der Krisegebiete stattfindet, dann haben wir alle Probleme, die alle bedrücken sozusagen gelöst und wir haben sozusagen kluge, intelligente, leistungsfähige Gäste hier in Deutschland und da freuen wir uns darüber, die hier sich nahtlos integrieren, deren Kinder schon Mischlinge sind und deren Enkelkinder schon nur noch zu einem Viertel die schwarzafrikanischen Gene tragen und dann diese wertvollen Gene befruchten unseren Genpool und das ist gut für uns, da freuen wir uns drauf, also hier und damit unsere endgültige Absage an jede noch so kleine Spur an Nationalismus, an Deutschtümeleien, Deutschkulturtümeleien, an nationalistischen Tümeleien, völkischen Tümeleien, also unsere endgültige Absage an diesen Unfug, an diesen unrealistischen rechten Kram sozusagen, ja, wir als die evolutionsbiologische realistische Linke, da ist für uns der Rubikon unter überschritten, ja, also, ja, da, mit den Leuten braucht man auch nicht zu diskutieren, da ist auch zu wenig Kompetenz, da ist auch zu wenig evolutionsbiologische Kompetenz, ja, ja, also, da ist die Linie, Weltrat und Next Scientist for Future, leicht, die evolutions, die leicht evolutionsbiologische Linke, mittig links, und da ist dann aber die absolute Grenze, und wir sprechen gerne, wie war das vorhin, wir sprechen gerne, na, wo ist es, wir sprechen gerne hier, wir diskutieren gerne und talken gerne, wie war das, also mit der verfassungsfeindlichen Linken brauchen wir nicht zu reden, aber wir sprechen gerne mit dem ganzen Bereich Verträumte Linke, da diskutieren wir gerne und versuchen denen ein bisschen evolutionsbiologisch naturwissenschaftliches fehlendes Fundament beizubringen, sozusagen, und alles, was eben sich selbst auch eher zur evolutionsbiologischen Linken, zur realistischen evolutionsbiologischen Linken zählen würde, da diskutieren wir sehr gerne mit, Verträumte Linke, das sind unsere Diskussionspartner und die sollte man auch bei der Partei wir 2020 als Diskussionspartner haben, also Herr Gastmann, lassen Sie uns da diskutieren und dann lassen Sie uns aber eine klare Linie machen, bei der Mitte ist Schluss, wir reden nicht mit der Werte Union, wir reden nicht mit der AfD, wir reden nicht mit der evolutionsbiologischen Rechten, weil da ist einfach auch zu wenig Kompetenz, da ist zu wenig Intelligenz und zu wenig Kompetenz und da muss unsere Linie sein, also Mitte, ja, also wir reden auch mit der Mitte der CDU können wir diskutieren, kein Problem, mit der Mitte der FDP können wir diskutieren, kein Problem, aber schon mit den rechten Teilen, mit der Werte Union ist es sinnlos, da ist Hopfen und Malz verloren, also da muss unsere hier, genauso wie hier eine scharfe Linie ist, da muss die klare Linie sein, hier, ich habe es ja auch vorhin gezeigt, die schon die evolutionsbiologische Rechte ist unterhalb des Striches und da ist die Trennlinie, damit dürfen wir nicht reden, wegen der besonderen historischen Schuld Deutschlands, das ist halt eine Sondersituation in Deutschland, in einem anderen Land, die Leute können ja mitreden, mit wem sie wollen, aber in Deutschland darf man mit der evolutionsbiologischen Rechten nicht sprechen und mit der und schon gar nicht mit der mit der unrealistischen Rechten, also der AfD schon gar nicht und man darf auch nicht reden mit den verfassungsfeindlichen Rechten, denn auch die kann man ja auch nicht überzeugen, da ist ja da ist auch nicht genügend Intelligenz, ja, also hier wir hoffen ja, dass wir überzeugen können von der verträumten Linken hier oben, dass wir da die Intelligenteren davon überzeugen können, dass sie ohne Evolutionsbiologie mit einzubeziehen, etwas zu verträumt sind, dann, ja, das ist unsere Hoffnung, ja, also Herr Gastmann, lassen Sie uns eine gute Partei, wir 2020, vielleicht mit, wenn Sie unserer Empfehlung folgen, lieber mit Mitte, links, leicht, mit Mitte und einen leichten Schuss links positioniert, wirklich die neue Volkspartei machen und so weiter. Ja, also Herr Gastmann, entsprechender schöner Gruß, diese Sendung als schöner Gruß an sich, Sie, ja, so, das war's doch schon mal wieder mit dieser, denke ich, mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute, sie ist wohl ein bisschen länger geworden, so, das war's, oh, richtig lang, aber gut Ding will weile haben, Tschüssi, bis bald.